So viel gute Laune, da wird einem ja fast schlecht. Hallo zusammen bei der Filmfabrik. Annie kommt bei uns jetzt dann doch noch in die Kinos, sollte erst Weihnachten starten. Jetzt ist es aber soweit. Annie ist ein kleines Waisenmädchen und hat unter der sehr temperamentvollen und launischen Pflegemutter Miss Hannigan wirklich drunter zu leiden. Gespielt von übrigens Cameron Diaz. Und durch einen Zufall begegnet sie dem Politiker Will Starks, der sich denkt so, hey, ich könnte sie eigentlich adoptieren, das ist auch ganz gut für meine Karriere und das funktioniert dann ja alles eigentlich ganz gut, weil ich dann so ein offener, netter Typ bin. Und stellt aber fest, dass nicht nur Annie ihn braucht als Vaterfigur, sondern er eben auch durch ihre positive und aufgeschlossene Art einfach mehr vom Leben hat, als bloß nur eine Politikerkarriere. Wie das Ganze aussieht und das dort auch ein bisschen gesungen wird, das sieht man hier im Trailer. Los, raus aus den Fehlern mit euch, das Amt kommt zur Inspektion. Wir müssen die Bude aufräumen. Sollten die das nicht vorher anmelden? Sollte ich nicht mit George Clooney verheiratet sein? Wer ist George Clooney? Meine Rede, Herzchen. Meine Rede. Kein Frühstück, bevor der Laden nicht blitzblank ist. Ja, wir sehen. It's the one, not one for us. It's the one, not one for us. Sandy, warte, bleib stehen! Yeah, yeah! Was rannst du so? Dann komm ich schneller an. Diese Kinder. Will, das wird Ihre Kandidatur zum Bürgermeister vorantreiben. Sie ist ein Waisenkid aus Harlem. Will Starks schickt mich, um Annie zum Mittagessen abzuholen. Behalten Sie mich, solange Sie wollen. Sie scherzt. Wozu die Mühe? Wenn wir oft zusammen gesehen werden, werde ich Bürgermeister. Sie werden, dass Sie gleich Präsident werden, wenn ich zu Ihnen ziehe? Das haben Sie doch nicht im Ernst vor. Wow. Wo lebt es sich also als Milliardär? Es ist sehr gefährlich, sich an den Geschmack von guten Dingen zu gewöhnen. Dinge, die gut schmecken, halten nie lang. Und dann schmeckst du nur noch was, du nicht schmeckst. Tun Sie was Nettes für Annie und nicht nur für die Presse. Wirst du luftkrank? Ich war noch nie in der Luft, aber auf der Schaukel habe ich mal gekotzt. Ich habe was für Sie gemacht, das bin ich und das sind Sie. Ihr Geheimnis ist bei mir gut aufgehoben, dass Sie sie mögen. Ein wahres Wunder. Wir haben Ihre Eltern gefunden. Vermuten wir. Na hey, das ist doch anders zur Freude. Wir schaffen das schon, Sandy. Seit wann ist diese Stadt so musikalisch? Manchmal ist das, was man sucht, direkt vor einem. Annie ist ja mal wieder ein Remake. Da hat man sich jetzt nicht die Mühe gemacht, eine neue Geschichte zu erfinden, sondern erzählt sie neu und bringt sie eben in das New York von heute. Das kann man durchaus machen und der Film möchte wirklich mit aller Gewalt die frohe und gute Laune in die Kinosäle bringen. Das ist an einigen Stellen echt schon so anstrengend. Da denkt man so, okay, ihr könnt jetzt vielleicht ein bisschen weniger grinsen. Das geht dann auch. Aber insgesamt ist es auf jeden Fall eine Geschichte, die es sehr, sehr gut meint und auch im positiven Sinne so eher dieses altmodische Hollywood präsentiert. Denn normalerweise wird man so eine Geschichte heute gar nicht mehr schreiben. Da gibt es einfach andere Wege, wie man so etwas vermitteln möchte. Die Kleine macht die Sache eigentlich auch ganz gut und ist durchaus sympathisch. Und ich kann mir eben vorstellen, dass gerade so das jüngere Publikum sich so richtig mit ihr identifizieren kann. So meine kleine beste Freundin. Ich möchte auch irgendwann mal groß mit einem großen Star auf einer Bühne stehen und so weiter und so fort. Was den Film ehrlich gesagt ein bisschen schadet, ist tatsächlich Cameron Diaz. Mensch Cameron, was war denn letztes Jahr mit dir los? Irgendwie waren deine Rollen alle gar nicht so stark. Denn hier funktioniert sie einfach gar nicht so als die eher böse Pflegemutter. Sie ist einfach immer an einigen Stellen zu nett. Und damit hat man dann eben diese Fallhöhe nicht mehr. Man stellt sich dann eben auch oft die Frage, ja wo ist denn jetzt eigentlich das Problem? Ist doch eigentlich alles gut bei euch? Und Jamie Foxx macht seine Sache dafür eigentlich erstaunlich gut. Da war ich etwas überrascht. Allgemein nervt aber ein bisschen dieser Grundton des Films. Das ist ja auch eben mit diesen Musical-Einlagen, so Autotune und alles so total super kitschig und cheesy, würde man sagen, dass es einfach ein bisschen anstrengend ist. Bin da definitiv sehr weit weg von der Zielgruppe, die in der Film gefallen soll. Und durch diese ganze gute Laune und diesem ganzen Hey! wird auch die ein oder andere Schwäche kaschiert. Denn so erzählerisch und inszenatorisch ist es jetzt einfach so eine Massenware, die noch schnell mit ins Kino geballert wird. War in Amerika relativ erfolgreich. Ist eben auch eine beliebte Vorlage, die dort nochmal ins Remake geht. Von mir gibt es total nette, aber trotzdem halt eher schwache 15 Punkten. Ich glaube, das ist auch einfach nur so, weil ich den in der Weihnachtszeit geguckt habe und man diesem kleinen Mädchen auch nicht böse sein kann. Ansonsten bringt der Film einem jetzt nichts. Also wenn man irgendwie noch so zwischen 8 und 14 Jahre alt ist, dann ist das, glaube ich, irgendwie eine ganz nette Geschichte. Ansonsten, glaube ich, eher Finger weg. Später mal auf DVD. Wer sich aber noch von anderen Sachen überzeugen möchte, verlinke ich doch hier unten links einmal. Die Review zu Taken 3 war was anderes. Ein bisschen rumgeballert. Hier wird jetzt gesungen, hier wird ein bisschen geballert. Unten rechts gibt es dann Wild, der große Trend mit Reese Witherspoon. Schaut da gerne mal rein. Und dann sehen wir uns gerne wieder, vielleicht sogar schon später oder morgen bei der neuen Filmkritik hier bei der Filmfabrik mit mir, dem Dominik.